Matteo, du hast beim Stuhltanz zwei Buttons gewonnen. Möchtest du wissen, was draufsteht? Dann löse jetzt bei dem Button mit der 1 die Abdeckung. Matteo, wer diesen Button trägt, darf nicht nominiert werden. Du darfst ihn behalten oder weitergeben. Wen möchtest du vor der Nominierung schützen? Wem heftest du diesen Button an? Ich will ihn behalten. Du kennst das eigentlich nicht. Lass ihn selber entscheiden. Nein, behalte ihn nicht. Gib ihn nicht. Matteo entscheidet. Und nur er. Überlege gut. Normalerweise würde ich ihn nicht behalten. Ich kenne echt keinen. Egal wen ich jetzt nehme, ist es auch Unfälle in anderen Gruppen. Wieso? Ge upstream oder nicht? Ge sagst du dich noch nicht? Weil, das ist er auch natürlich nicht. Also, noch ist es wirklich, ist er halt, der wie gesagt. Geh erhalten. Geh erhalten. Hier. Das ist die einzige Sache. Ich muss niemand böse sein. Behalten. Wir kennen aber Alfredo. Ich behalte das Ding. Okay, ich behalte ihn. Alles klar, Matteo. Du bist vor der Nominierung geschützt. Weiter geht's. Oh mein Gott. Du musst den anderen aufmachen. Button anlegen. Du musst anlegen. Thank you. Den geschützt Button anlegen. Ja, ich bin am Weg. Muss ich ein Loch reinmachen in mein Hemd, oder was? Alter, soll ich ein Loch in mein Hemd reinmachen? Oh, du hast doch da... Oh, ey, hier, Alter, ne? Das ist so du, das weißt. Klopfloch geht auch. Hab ich. Hab ich. Hab ich gemacht. Löse jetzt bei dem Button. Mitte 2 die Abdeckung. Ich nominier bestimmte. Oh mein Gott. Don't worry. Oh mein Gott. Ach ja, kotzt mich voll an. Nein. Aber klar. Genau, das ist das Spiel, aber ich will ihn trotzdem... Wer diesen Button trägt, ist nominiert. Aber du darfst ihn dir nicht selbst anheften. Du musst eine andere Person nominieren. Und nicht Nikos. Er ist ja schon nominiert. Entscheide dich. Boah. Boah, wir fällern schon über euch. Meine Fresse, ey. Kannst ja niemanden was für das machen. Ich mach mal jetzt gleich. Oh Gott, ey frisch. Was geht dir durch den Kopf? Ich will keinen nehmen. Das ist mir klar. Ich kenne keinen und ich will auch keinen, ähm... Ich will auch keinen. Ja, keine Ahnung. Ich will auch keinen, Max. Ich will auch keinen, Max. Nimm irgendeinen, nur nicht mich. Auf wen könntest du am ehesten verzichten? Oh, nee, nee. Das ist für uns alle schwer. Du bist auch kein Arschloch danach. Davor schon, ne? Nur ein bisschen. Je nachdem. Wir lieben dich trotzdem. Jacqueline. Ja, bitte. Er gibt mir voll die Steilvorlage. Ich kann nix dazu. Ich bin so... Ich. Ja. Matteo, entscheide dich jetzt. Was? Wie ist sein Name? Jacqueline? Jacqueline. War das die Nominierung? Ja. Jacqueline. Okay. Du bist nominiert. Bäh, direkt jetzt. Auch für dich könnte die Zeit im Container nächste Woche schon vorbei sein. Ja, hab ich verstanden. Alle, die einen Button bekommen haben, müssen ihn ab jetzt gut sichtbar tragen. Ja, das habe ich die Zeit nicht verstanden. Mach es doch nicht mehr zu tun. Ich bin jederzeit nicht mehr zu Hause. Das ist kein Problem. Das ist ein Problem. Vielen Dank.